Wahlberechtigte haben bei der Bayerischen Landtagswahl zwei Stimmen. Eine Stimme wird an die Direktkandidaten im Stimmkreis vergeben. 91 dieser Stimmkreise gibt es. So soll garantiert sein, dass alle Regionen Bayerns mindestens eine Abgeordnete oder einen Abgeordneten in den Landtag entsennen. Diese Erststimme wird auf dem kleineren Stimmzettel abgegeben. Auf dem größeren wählt man mit der Zweitstimme gezielt einen weiteren Kandidaten oder eine Kandidatin auf einer der Parteilisten. Diese Listen werden jeweils für die sieben Regierungsbezirke erstellt. Und mit der Zweitstimme kann man sozusagen die Kandidaten auch auf diesen Listen nach oben wählen, also deren Einzug in den Landtag wahrscheinlicher machen. Anders als bei der Bundestagswahl zum Beispiel haben in Bayern beide Stimmen Auswirkungen auf die Sitzverteilung im künftigen Parlament. Denn Erst- und Zweitstimme werden zusammengezählt und dann in Mandate umgerechnet. Auch die eigentlichen Direktmandate fließen so in die Sitzverteilung ein. Wenn eine Partei die 5%-Hürde nicht nimmt, gehen auch die Direktkandidaten leer aus. Übrigens, die Stimmabgabe ist gültig, wenn aus dem Stimmzettel eindeutig hervorgeht, für welche Kandidatin oder welchen Kandidaten gestimmt wurde. Am besten mit einem Kreuz im Kreis bei dem entsprechenden Namen. Ungültig ist ein Stimmzettel dann, wenn Zusätze, Bemerkungen oder Vorbehalte dazu geschrieben werden oder auch, wenn eben nicht eindeutig für eine Person gestimmt wurde.